So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine weitere Max-Out-Monday-Folge und letzte Woche habe ich ja das Titel Pokémon vorgegeben und auch diese Woche möchte ich das Titel Pokémon vorgeben. Trotzdem dann aber wieder fünf Vorschläge von der Community Maxen und weil ja das Wasser-Festival war und es dann natürlich überall Wasser-Pokémon gab, wir Arakwa bzw. dessen Weiterentwicklung ja letztens schon gemaxed haben, Labras ich leider nicht maxen kann, ich habe keinen einzigen Labras-Raid gemacht, trotzdem habe ich das Shiny mit Schleife, wie ich das immer mache, wisst ihr ja, wenn ihr aufmerksam zuschaut und es gab Impergator-Raids, wow! Es gab sogar einen, der wollte, dass man ihn in einen Impergator-Raid reinwirft, deswegen habe ich mir gedacht, was passt denn besser, als jetzt einen Kanimani zu maxen bzw. einen Impergator zu maxen, aber eben als 100% Krypto, wie ihr hier seht. Ich habe ja schon mal eine Folge gemacht über die ganzen Wasser-Starter, da ist Impergator schon gemaxed worden, jetzt haben wir hier das Ganze nochmal mit Kanimani, wir werden das jetzt einfach hier, zack, direkt maxen. 1024 WP kommen da dazu, es ist jetzt bei 1279 und jetzt müssen wir es eigentlich nur noch zweimal entwickeln und uns angucken, was damit passiert und das sieht auf jeden Fall richtig brutal aus. Eigentlich hätte ich es am liebsten so gelassen als Kanimani, weil das halt so lustig aussieht. Tyrakrok zum Beispiel, ne, der hat plötzlich so einen dicken Bauch gekriegt, Vorher sah der richtig cool aus, so zappelig, hin und her, total aufgeweckt, aufgebracht. Da ist er dann wie ein Fels in der Brandung, deswegen machen wir es natürlich nochmal weiter und gehen direkt auf Impergator, mit dem wir vielleicht irgendwas anfangen können, vielleicht auch nicht, sieht immer noch lustig aus mit seinen Knietaschen, die er da hat. So, 3230, wir machen noch den Tag dran, dass der jetzt auch Level 50 ist. 100% Krypto, Level 50, Impergator, mit Frustration. Jetzt hätte man eigentlich warten können, bis ein Super-See-Day ist, man vielleicht es dann entwickelt, dass es unter anderem vielleicht also Aqua-Hopitze bekommen kann, aber man kann ja auch bei dem Rocket Event das Frustration wegmachen und mit einer Top-Lade-TM dann Aqua-Hopitze drauf, wenn man das unbedingt möchte. Ich glaube aber, Impergator ist jetzt nicht unbedingt so ein krasser Wasserangreifer, wir haben ja trotzdem Mega-Tour-Doc auch alles drin und so Zeug. Und, ja, schreibt mal eure Meinung nach, was würdet ihr damit machen? Frustration irgendwann weg, sowieso, aber muss da unbedingt Aqua-Hopitze drauf, kann man den nicht aus Spaß einfach auch so lassen, wie er ist? Ist ja eigentlich eh nur für die Sammlung. So, und dann wollen wir mal schauen. Das sind nämlich die Kommentare unter dem letzten Video von letzter Woche, Max Out Monday. Ist jetzt was dabei, was wir heute machen können? Marc niemals, der gerade auf dem Weg mit seinem Bruder Pierre hierher nach Hibu ist, die fahren also gerade mit dem Zug. Meine Vorschläge wären wieder, wohin genau? Bald auf Fisch, Makago. Die müssen wir uns jetzt mal merken. Wir müssen nur hier vier Sterne eingeben und... Wohin genau? Wohin genau haben wir? Das ist das Höchste. Können wir nicht mexen? Haben keine Bonbons. Bald auf Fisch? Können wir nicht mexen? Haben keine Bonbons. Wir haben aber noch Makago. Mar? Mak? Makkar? Makar? Boah, wie schreibt man den? Ich schreibe einfach nur M und A. Dann suche ich den hier einfach in der Liste raus. So, Schneckmark. Aha, interessant. Der ist schon. Ja. Äh, Makago geht auf jeden Fall. Das ist ein Hunder da. Schneckmark 10. Eigentlich müsste man den Namen mal wegmachen, dass der normale Name dran steht. Also, ein Vorschlag von ihm hat funktioniert. Makargo, MAG und Makargo können wir mexen hier auf Level 50. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Machen wir also so. Machen diesen. Machen natürlich auch den Level 50er Tag dran. So, das ist der Vorschlag vom Mark. Niemals ein Mark. Makargo. Wir können euch hier das noch mit eingeben. Ich hoffe, ich habe wirklich noch keins gehabt, oder? Nee, Schneckmark, Makargo. Gut, passt jetzt auch. Ist jetzt auch auf 50. Dann haben wir jetzt einmal zwei. Drei Stück brauchen wir noch. Äh, vier Stück von euch. Kai, Pötz, Goldbits, Entwicklung, Mexen. Hm. Da weiß man gar nicht, wie die heißt, ne? Golbit. Golbador, Bruder. Was guckt dir das an hier? Golbit. Golbit, Golgandes. Haben wir keinen XL. Können wir also leider nicht mexen. Lykrix, Finn, Moin. Könnest du vielleicht einen Branawarz pushen? Branawarz dürften wir auch nicht machen können. Weil wir keine XL haben. Wisst ihr denn nicht, wie selten ein Branawarz ist? Wir haben nur 258. Natürlich gab es jetzt vermehrt Schallquab, aber irgendwie habe ich wohl keine Schallquab großartig gefangen. Beziehungsweise doch, weil es gab ja jetzt hier 258. Das reicht aber nicht. Wir brauchen ja 296. Und selbst wenn wir jetzt was umwandeln würden, würde das nicht reichen. Baloo. Wumma, Snowbillikat, Barschuft, Blau oder Flunschlik. Wumma fände ich auf jeden Fall sehr cool. Da warte ich immer drauf, dass der genannt wird. Wumma, passt aber auch nicht. Der hat auch zu wenig Bonbons. So, was war der Rest? Snowbillikat, müssen wir, glaube ich, sogar schon haben, oder nicht? Snowbillikat, Snowbillikat. Wir haben hier das Hässliche. Das ist auf Level 50. So, dann lassen wir das andere erstmal in Ruhe. Barschuft oder Flunschlik. Warschuft. Warschuft 298. Oh, wir könnten einen smaxen, aber welches? Das Rode oder das Blaue? Ich finde das Blaue, ehrlich gesagt, nicht so cool. Hier, die Augen gehen irgendwie total unter mit dem Streifen. Ich finde, das Rode sieht gefährlicher aus. Da habt ihr nämlich noch das Weiße vom Auge. Und dann die roten Augen da drin. Und das passt irgendwie viel besser zu dem Rest. Der hat ja auch weiße Flossen. Das Blaue, da ist das Auge so gequetscht. Wir nehmen also... Wir haben doch das Rode letzte Woche schon gemaxed. Ach, das funktioniert also auch nicht. Leider hier auch nichts. Flunschlik steht noch aus. Wir gucken nach Flunschlik. Flun... Flunschlik... Können wir machen. Wir haben keinen Galler-Flunschlik als Hunderter. Wir haben das normale Flunschlik als Hunderter. Okay, aber egal. Dann wird halt das einfach gemaxed auf 2445. Wie es da rumzappelt. Und das als Shiny sieht total bekloppt aus. Das könnt ihr schon in dem Pokédex euch angucken, wie das als Shiny aussieht. Wenn ihr da ein anderes als Shiny habt. Wenn man das nicht glaubt... Ich zeige euch das mal hier. Hier, Shiny. Oh mein Gott, was ist das? Normal, Shiny. Hier sieht es ja noch gut aus. Normal, Shiny. Normal, Shiny. Aber hier, normal... Das sieht einfach aus, als wäre es ein Fehler. Und nicht, als sollte das so sein. So, haben wir also noch eins. Das war jetzt das dritte, glaube ich. Wir haben also Makago. Wir haben Mainz. Wir haben das Flunschlik. Dann kommt der YouTube-DJ ein. Ah, äh, ob der Rix wäre cool. Gucke alle deine Videos. Ah, äh, ob der Rix. Jetzt habe ich das Unzeichen weggemacht. Ah, äh, oha, ob der Rix, ja, oha. 7 XL. Uh, guck mal, wie der flattert. Der hat aber sehr zu tun, sich da über den Boden zu halten. Keine XL vorhanden, leider nicht. Baloo, kannst du deinen 100% Trigge-Falo Funny nennen? Okay, Trigge-Falo Funny? Warum? Warum Funny? Nennen wir es halt mal Funny. Das sind ja hier Zuschauerwünsche. Eigentlich solltet ihr nur Vorschläge machen, was man maxen könnte und sollte. Aber Zuschauerwünsche sind ja auch, wenn es heißt, nennen den halt mal Funny. Und dann wird der Funny genannt. Wir haben ja auch schon andere Pokémon umbenannt. Und Bonzak benannt und so. Leonard, wait, mein Kommi war weg. Ball ist bei mir gewittert. Mach bitte ein Fritzlblitz. Maxen oder Choreogel oder Farbigel oder ein Scharnera. Fritzl, Bitz, Blitz, Schmitz, Fritz. Ja, Fritzl, Bitz, Blitz. Wir haben das wohl Tenso. Ja, schon auf Max, weil wir das auch immer zur Mega-Entwicklung machen. Ähm, Choreogel, Farbigel. Farbigel dürfte man immer noch keine genügenden Bonbons haben. Aber Farbigel haben wir ja das 100er. Wir haben 183 XL. Choreogel. Haben wir nicht letztens ein Choreogel gemaxed? Das rote. Und Scharnera, wo ich auch schon gleich sagen kann, das passt auch nicht, weil wir ja das Hightera gemaxed haben und Bonzak genannt haben. So. Da leider nichts dabei, weil wir haben ja noch andere Vorschläge. Henry Herford, meine Vorschläge für die kommende Woche sind Wummer, geht nicht, oder Wylord. Und kannst du einen Pummeluf-Nikiluf nennen? Weil, ma. Ach, äh, Wylord. So. Der passt. Ich hoffe, der hat das auch geschrieben, ja, dass er das meint. Und das nennen wir einfach Nikiluf jetzt. Also, Wylord funktioniert auf 2577. Guckt euch den an, sieht aus wie eine Bohne. Ähm, Tag Level 4. 2550 dran. Und ein Pummeluf-Nikiluf nennen. Ein Pummeluf. Komischerweise haben wir hier schon eins, das heißt Mary. Dann haben wir neben Mary jetzt halt Nikiluf dabei. Ich sammle hier lauter Mädels. Nikiluf. Ich hoffe, das schreibt man mit CK. Ja, machen wir mal Nikiluf hier rein. Gucken nochmal nach. Nikiluf. Passt. So. Wylord hat auch gepasst. Das war die 4. Lukas Schumacher hat keine, ähm, keinen Vorschlag. Samuel Propop. Cabu keine. Oder Shadrago. Oder Bidifas. Von den Kabus habe ich kein 100er da, kann ich nicht mehr hexen. Shadrago habe ich keine XL und kein 100er da. Was war das letzte Bidifas? Bidifas können wir nachgucken. Bidifas würde gehen. Mach mal hier. Passt. Passt. Wird auch hochgezogen. Wird auch den Level 50. Tjek. So. Tjek. Level 50. Da musst du auch mal den Namen wegmachen. Er schreibt denn da immer hier 100 dran. Das ist doch Quatsch. So. Dann haben wir Samuel. Dankeschön. Das war glaube ich die 5. Also 2 Stück gibt es noch. Sarina. Schlage Tauros vor. Hm. Um es euch nochmal zu zeigen. Das war zwar vermehrt in Seville bei der Safari Zone. Aber ich habe gerade nur 62 Tauros Bonbons. Nur weil das vermehrt war. Das ist ja kein legendäres. Bei den Legendären ist das halt voll einfach. Bei den Legendären, ihr geht hin, ihr fangt 1 und kriegt 3 garantierte XL. Beim Tauros, ihr geht hin, fangt 1 und kriegt nichts. Und dann ist das halt so. Forellenfilet. Könntest du vielleicht mal einen Demeteros maxen? Da hat da wieder einer nicht aufgepasst. Demeteros ist Max Level 100. 100% Level 50 mit Best Buddy und alles dabei. Aber Grüße gehen raus. Eckig. Hey Ramses, kannst du einen Dummisel auf Level 50 machen? Und das Eckig nennen? Dummisel. Wow. Würde sogar funktionieren. Machen wir einen Dummisel auf Level 50. Gucken wir, wie es sich freut. Dass dieses Pokémon auch mal irgendwie Beachtung bekommt. Und jetzt Eckig nennen. Ey. Kick. So viele Ecken hat es ja gar nicht. Passt das? Oder müssen wir noch 10? Nö. Eckig. Passt. Zweimal. Zack. Wunderbar. Glückwunsch Eckig. Du hast es geschafft. Und eins fehlt noch. Einen brauchen wir noch. Fabio hatte keinen Vorschlag. Benjamin Engel. Dann schlage ich erneut die Kanto Slymog vor. Das Benjamin Benjamin Slymog. Kanto Slymog haben wir schon auf 50. Also. Sein Wunsch wurde entsprochen. Aber halt schon länger. Paul. Ippims. Der Fisch. Nicht Spaß. Bitte. Veggie Mag. Kann du dann meinen Namen geben? Äh. Veggie Mag. Dürfte natürlich nicht gehen. Veggie. Sagen wir bei Veggie. Hier. 36 XL. Da braucht erst. Da muss erst das GoFest hin. 18. Paul. 88. Wir haben es ja nicht gemaxed. Weil wir es nicht gemaxed haben. Deswegen. Ähm. Können wir es auch nicht umbenennen. Ja. Mein Vorschlag ist. Wohin genau? Axo Gaming. Äh. Geht ja nicht. Haben wir schon geguckt. Dann Lost Lift. Könntest du ein Alolas Nobilikat maxen? Ich glaube. Das ist noch nicht A50. Normalerweise. Wenn man ein normales Nobilikat hat. Macht man ja das andere nicht. Macht man dann nur. Wenn gar keine Vorschläge mehr da sind. Dass man dann noch doppelte. Sozusagen maxen kann. Ja. Sind wir heute mal großzügig. Gucken wir nochmal drauf. Auf das Alolas Nobilikat. Ich weiß ja wie sehr es. Ach ne. Geht nicht. Ich habe keine XL dafür. Hey. Wieder mal gerettet. Komm dafür machen. Nenn mal das Veggie-Mark jetzt auch Paul. 18. Paul. 88. Pass auf. 18. Paul. 88. Warum auch immer. Ich hoffe das ist so richtig. Paolo. 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 Ähm. Alexander Ahringer. Labras oder Staraptor-Maxen? Labras. Haben wir. Wie viel haben wir denn jetzt? 13 XL-Bom-Boms. 13 XL-Bom-Boms. Ich habe ja gesagt, das ist leider nix. Staraptor. Haben wir schon auf Level 50 Max. Elke Kaiser. Wie sieht es mit Kamehubt aus? Hast du da noch eins zum Maxen? Kamehubt. Schauen wir uns an. Kamehameha. Kamehubt ist auch. Auf 50. Äh. Momo. Wummer Maxen. Leider keine XL. Vendetta. Selten so ein komisches Pokémon gesehen. Jena. Gut. Dann hier nochmal. Pudox, Sengo oder Vipidis. Und wenn das zu spät ist, könntest du dein 100er Karadonis Sonchotin nennen. Pudox, Sengo. Ich muss immer kurz nach Sengo gucken. Sengo. Sengo würde gehen, aber Pudox kam zuerst. Pudox. Pudox würde auch gehen. Was haben wir denn mit dem Mal gemacht? Papinella. Iiiiih. Ja gut, Pudox. So, wird gemaxed auf Level 50. Bitteschön, mach mal auch die Level 50er, den Level 50er Tag dran. Also, also könntest du natürlich deine Sengo und Vipidis Vorschläge beim nächsten Mal nochmal machen. 100er Karadonis Sonchotin, Sonchotin, Sonchotin. Was ist das, wenn man fragen darf? Was ist ein Sanchotin? Ansonsten sind die Vorschläge jetzt voll. Ihr könnt unter dieses Video wieder Vorschläge machen. Wenn euer Vorschlag jetzt nicht dran kam, macht den bitte nochmal. Wenn ihr mehrere hattet und der erste hat schon gezählt, dann macht eure restlichen Vorschläge bitte nochmal. Ich brauche immer euch und eure Unterstützung. Ansonsten, was haben wir hier noch gehabt? Jonas, kannst du deinen Shiny Melmetal maxen und es Wenzet 1205 nennen, damit du mich nie wieder vergisst? Komm, der ist Mitglied. Wir haben schon mal ein Melmetal gemaxed. Ich muss mal kurz reingucken hier, weil jetzt geht es ja eh nicht mehr um die Mel... 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 Metall... Äh... Haben wir da überhaupt was? Wir haben damals nämlich einen 100er gemaxed. Wir haben hier einen Shiny. Aber wir haben hier sogar einen 98er Shiny Melmetal. Äh... Das heißt, wir könnten das theoretisch noch maxen, weil das günstig ist, weil das Lucky ist, weil das Shiny ist, weil das einfach trotzdem schön hohe WP erreicht. Und wir nennen es also Wenzet 1205. Dann sind wir mit dem auch durch. Wenzet 1205. Damit man ihn nie wieder vergisst. Dann sind wir hier bei Co. Neu Dreh 1996. Max mal bitte einen Kuddel, oder? Mjuh. Tja. Ob das passt, wissen wir nicht. Das sind auf jeden Fall alle gewesen, wer jetzt zu spät kam. Guck mal, der hat vor zwei Stunden erst kommentiert, ja. Aber ging sich eigentlich gut aus, weil so viele Vorschläge waren es gar nicht mehr. Wir waren schon fast durch. Und wenn wir durch gewesen wären und hätten nicht sechs Stück gehabt, hätten wir wieder von unten angefangen und hätten dann, bei denen die mehrere genommen haben, den zweiten Vorschlag gemaxed. Oder den dritten Vorschlag gemaxed. Oder wenn Doppelte da sind, hätten wir angefangen, Familien zu maxen. Also wenn man ein Bisa-Flor hat, dass man dann auch anfängt, ein Bisa-Samen zu maxen oder sowas. Versteht ihr deswegen? Macht bitte weiterhin Vorschläge. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich feiere dieses Format einfach total, weil man einfach super gut mit euch zusammen irgendwie interagieren kann. Ja. Und vor allem, weil jetzt immer diese komischen Namensvorschläge da reinkommen und sich Leute dann auch verewigen können in der Pokémon-Box. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Morgen gibt es ein Gewinnspiel. Mittwoch gibt es Raider-Mittwoch. Donnerstag gibt es Community-Raid. Der wird aber am Mittwoch schon stattfinden. Und Freitag gibt es ein großes Special-Video nochmal, was auch ein Zuschauerwunsch war. Und ansonsten wird es diese Woche ein bisschen ruhiger, was die Streams angeht, weil ich ja Besuch habe von Marc und Pierre. Und wir werden ein bisschen unterwegs sein. Ich hoffe, das Wetter passt. Euch wünsche ich trotzdem noch viel Spaß. Wir sehen uns heute Abend bei Chill mit Ramses, 20 Uhr. Da müssen wir nämlich noch die Level 41-Account-Verlosung machen. Und ansonsten würde ich sagen, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und bis zum nächsten Mal.